In diesem Video geht es um die besten Taschenlampen. Der Qualitätssieger in unserem Taschenlampe-Test geht an die Ledlenser P7R. Ökonomie trifft Ökologie. Mit ihrem perfekt auf den Akkubetrieb abgestimmten Energiekonzept, schont die kompakte Allround-Taschenlampe Ledlenser P7R nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Durch das komfortable Floating Charge System ist sie immer schnell einsatzbereit zur Hand, denn kaum eine andere Taschenlampe lässt sich so einfach und stilbewusst aufladen, wie die Ledlenser P7R. Und diese Einstellungen machen darüber hinaus helle Freude. Sehr komfortables Aufladen schnell zur Hand mit dem Floating Charge System. Praktische Ladeanzeige rot laden, grün aufgeladen, individuelle Lichtprogramme und optimierter Energieverbrauch. Von homogenem, kreisrundem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht. Schnelle Veränderungen des Lichtkegels Rapid Focus. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist die Outlight Taschenlampe. Outlight LED Taschenlampe ist mit 21.700 High Capacity Lithium Batterie, die die Eigenschaften der geringen Größe und geringes Gewicht ausgestattet. Seine Kapazität hat sich im Vergleich zum 18.650 Akku verdoppelt und erreicht 4.500 mAh. Die Outlight LED Taschenlampe lässt sich durch einfaches Drücken des Leuchtenkopfes von Punkt auf Flutlicht umstellen, sodass sie das Licht auf verschiedene Entfernungen fokussieren können. Diese superhelle Taschenlampe hat drei Helligkeitsstufen hoch, mittel, niedrig und zwei spezielle Modi Stroboskop SOS. Das Stroboskoplicht ist eine praktische Funktion, mit der Sie den entgegenkommenden Verkehr warnen können, wenn Sie auf Landstraßen unterwegs sind. Outlight hat die Taschenlampe mit einem 21.700 Akku aufgerüstet, der bis zu 30 Stunden Dauerbetrieb bzw. 6 Stunden bei starkem Licht ermöglichen kann. Die Outlight LED Taschenlampe verfügt über einen Überhitzungsschutz, um hohe Oberflächentemperaturen beim Laden zu vermeiden. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Taschenlampe-Test ist die Caron Taschenlampe. Die LED Taschenlampe ist mit wiederaufladbaren 18.650 Akku ausgestattet. Sie kann mit einem USB-Kabel oder mit einem Netzteil von einem Laptop, einem Autoladegerät, einer Powerbank und so weiter geladen werden. Grünes Licht bedeutet voll aufgeladen, rotes Licht bedeutet schwache Batterie, hoch-Niedrig-Strobe SOS, Leistungsstärke 1200 Lumen LED Taschenlampe. Drücken Sie den Knopf und halten Sie für ca. 4 Sekunden, um den Strobomodus zu wählen. Die Taschenlampen stellen den Durchmesser des Lichts von oben ein und passen es durch Drehen im oder gegen den Uhrzeigersinn an. Wenn Sie anpassen, wird das Licht entweder kleiner und stärker fokussiert oder größer und weniger fokussiert. Aber es wird in einem größeren Bereich beleuchtet. Taschenlampe hat ein kompaktes Design, ist leicht und durch ihre geringe Größe. IPX4 wasserdichtes Design für fast alle Bedingungen, von starkem Regen bis zu trockenen und staubigen Umgebungen. LED Taschenlampe wird für Camping, Wandern, Angeln, Laufen, Hundgehen, Stromausfälle, Notfälle, gezielte Sucht und allgemeine Haushaltsnutzung verwendet. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.